Komm mal! Meine Damen und Herren, noch einmal mehr Riesenrespekt vor Eurer Leistung, Riesenrespekt vor Eurer Mentalität. Ich weiß, ihr alle seid hier oben und bei mir heute war es so ein Tag. Ich wusste, dass es sehr eng wird heute, weil es eine gute Mannschaft war. Einfach klasse, auch wenn es zum Schluss zittern muss, ich sage nichts Negatives, sondern einfach toll, was wir hier 3-2 gewonnen haben. Jungs, ich habe euch was zu sagen. Ich glaube, wir haben hier eine ganz gute Beziehung, eine ganz enge Beziehung. Das ist für mich eine wahnsinnige Freude, mit euch arbeiten zu können. Ihr habt eine Mentalität, die ich so noch nie gesehen habe. Aber ich bin auch irgendwann mal, ja wie soll ich sagen, am Ende, es ist mir einfach jetzt wichtig, dass es von mir erfahrt. Danke.